Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Endergames. Ich habe mal wieder einen Shader installiert, weil ich einfach Lust auf einen Shader hatte und wir spielen mit einem Random Kit. Mal schauen, was rauskommt. Okay, wir haben das Redstoner Kit bekommen. Das ist Medium. Ich nehme auch gerade mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, damit ich den Shader überhaupt anhaben kann und gleichzeitig noch die 60 FPS habe. Und ja, ich nehme jetzt mit OBS auf. Früher habe ich mit Dxtory aufgenommen und die Namen sahen gerade noch ein bisschen verglitscht aus. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie verändere bis zur nächsten Aufnahme. Die hier kann einmal verglitschten Namen überleben. Ich meine, das geht schon. Das geht schon. Oh, ich muss zwei Holz abbauen. Okay. Ah, ich hätte gerne noch mehr Diamanten. Naja, egal. Craften wir uns erstmal ein Crafting Table und... Ach, oh Gott. Aber das sieht gar nicht gesund aus, diese Bugs mit diesem Shader hier. Der Spieler da hinten, das sieht ein bisschen krank aus mit den Bugs. Naja, egal. Ziehen wir uns einen Eisenbus-Panzer aus. Das sieht auch noch nicht ganz okay aus. Ziehen ihn aus, ziehen ihn an. Ich ziehe mich an, nicht aus. Ach, Mauda hat immer verwechselte Sachen. Den Crafting Table nehmen wir noch mit. Und da hinten werden wahrscheinlich alle Kisten von einem anderen Spieler gelootet sein. Noch ein bisschen Level. Ja. Und dann können wir nach dem nächsten Spieler schauen. Okay. Da vorne ist er ja. Hallo Spieler. Willst du uns töten? Oh Gott. Er leckt oder ich leck oder der Server leckt. Eins von diesen Möglichkeiten. Er ist okay. Instant Damage. Aber das sollte... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er hat mir Pfeiler gegeben. Das hättest du nicht tun sollen. Piu. Den Pfeil, den er mir gegeben hat. Habe ich benutzt, um ihn zu töten. Was eine Ironie des Lebens. Hat er irgendwas Gutes? Er hatte ein Eisen. Oh, ein Eisen. Und wir haben jetzt auch ein volles Level. Das ist auch schön. Und Kartoffeln hat er noch dabei. Die Kartoffeln sind das Wichtigste an dem Ganzen. Oh, da vorne ist ein Spieler. Hallo Spieler. Bitte nicht töten. Ich muss langsam ans Land kriechen und werden das immer nicht sehr angreifbar. Ach, okay. Dankeschön. Ich werde hoffentlich geswitcht. Oh, es ist ein Känguru. Kängurus sind schlecht. Wie jedermann weiß. Kängurus sind immer schlecht. Oh Gott. Der arme Mensch, der hier gerade hergeswitcht wurde. Oh. Und ich wurde weggeswitcht. Vorne ist ein Spieler. Der ist allerdings zu gut equippt. Rennt aber weg. Heißt eigentlich, er könnte Leben... Oh nein. Leck. Leben verloren haben. Oh, hallo Spieler. Du bist hier echt nicht schön gelandet, muss man sagen. Das ist nicht für dich gut gelaufen. So, ich habe mehr Ausrüstung. Bedeutet erstmal ausrüsten, bevor ich kämpfe. Ich kann mir einen Eisenbrustpanzer... Ne, ich habe einen Eisenbrustpanzer. Ich kann mir eine Eisenhose machen. Eisenhosen sind toll. Und dann können wir uns auch noch Eisenschuhe machen. Habe ich schon Eisenschuhe? Warte. Ich habe mir doch gerade eine Hose gemacht, oder? Ah ja, da ist sie. Ich habe schon gedacht, dass ich hier wieder irgendwas weglitsche. Das wäre nicht das erste Mal. Machen wir den Goldhelm. Und ich muss es anziehen. Und der Spieler, der denkt, wir craften. Und deswegen werden wir ihn überraschen. Naja, das war ein bisschen zu spät. Äh, zu früh zum Überraschen. Aber man kann ja nicht alles haben. Okay. Das war Leggy. Das war ein sehr Leggy-Kampf. Das ist schlecht. Schnell das Inventar sortieren. Dadurch meinen Kompass verlieren. Cool. Ach nee, jetzt habe ich wieder Diamantsachen hergegeben. Ich hasse das. Ich hasse das. Machen wir uns eine Diamanthose. Weil wir gerade einen Diamanten haben für eine Hose. So, schmeißen wir noch das weg. Ziehen das da hin. Ich werde das Redstone von dem Redstone-Kit, was wir hier bekommen haben, wahrscheinlich nicht benutzen. Das ist irgendwie traurig, dass wir unser Kit nicht verwenden können. Aber das Redstone-Kit ist echt kein gutes Kit, muss man sagen. Das ist echt nicht sonderlich gut. Ich meine, es hat einfach nichts. Es hat zwar das Redstone, aber mehr hat es nicht. Oh, das sind Enderperlen. Die Enderperlen hätte ich gerne. Der Spieler ist auch etwas weiter entfernt. Okay, und den Apfel hätte ich auch gerne. Wir haben Gold. Mit Äpfel und Gold kann man nämlich Goldäpfel machen. Wie jeder Mann natürlich weiß. Äh, so. So, noch ein Crafting-Table und noch einen. So, der nächste Spieler ist direkt bei uns. Oh, da ist TNT. Hätte ich meine Redstone-Torches raus, wäre das recht schön. Aber habe ich ja nicht. Er schmeißt sich weg. Bedeutet erst Low-Life. Bedeutet aber auch, dass wir hinterher wollen. Hallo Spieler, ich habe auch eine Enderperle. Und du bist anscheinend Low-Life. Und deswegen möchte ich dich. Yay. Hat funktioniert. Ist doch schön. Alles weg, was wir nicht brauchen. Okay. Ist da noch mehr? Hat dann anscheinend nichts, was in unserem Interesse wäre. Erstmal unsere Kartoffel. Und schauen mal, was wir hier vorne haben. Einen schönen Crafting-Table. Oh, was könnte man mit diesem Crafting-Table wohl alles machen? Oh, Schuhe herstellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin noch verwirrter als sonst. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich könnte mir... Ah, nee. Für einen OP-Gold-Apfel ist der Weg noch zu weit. Ich mache mir mal... Ach, obwohl... Einen OP-Gold-Apfel wäre was richtig cooles. Wir haben einen Regenerationstrank. Eigentlich brauchen wir erstmal keinen Gold-Apfel. Deswegen werden wir jetzt weiter versuchen, Spieler zu töten. Wir haben zwei Diamant-Rüstungszeile. Das ist eigentlich eine gute Quote. Deswegen schmeißen wir einfach das Ganze mal weg. Wie viele Spieler leben dann noch? Genügend. Ähm. So, so, so. Wie Pistons brauche ich nicht? Das Redstone. Ach, ich muss das Redstone eigentlich behalten. Ich bin ja immerhin ein Redstoner. Splash-Porten auf Healing. Auf jeden Fall benutzen. Auf Geschwindigkeit. Zwiftness. Zwiftness zwei. Ja, kein Unterschied. Und verbrenn mir das ganze Zeug hier mal. Neben immer noch... Oh, ein Spieler ist gestorben. Ein Spieler ist tot. Oh Gott. Ein Eisen. Brauchen wir jetzt mal nicht mehr. Aber man kann es ja immerhin mitnehmen. Diamanten wäre noch schon. Ein Diamant-Hellen, dann wäre ich echt zufrieden. Das noch. Das noch. So. Was hatte ich hier unten rechts? Ich weiß es nicht mehr. Damage-Portion. Ich hatte glaube ich... Ah, Essen hatte ich da unten noch. Meine guten Kartoffeln. Oh, ist die Kiste neu? Oder ist es die, die ich schon gelootet habe? Ist ein neuer. Machen wir eine Karotte. Und da haben wir noch ein Speed-Buff. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt mein Level. Und verzaubern erst mal unseren Bogen. Und unser Schwert. Auf Level 1. Schadness. Sehr schön. Und Power. Wie nicht anders zu erwarten. Jetzt verglitscht das Ganze wieder. Ach, die Verzauberung sehen im Shader verglitscht aus. Das war früher aber auch nicht. Ich muss echt schauen, dass ich es irgendwie umstelle. Jetzt haben wir halt unser grünes Pixelschwert. Das ist ein gutes Schwert natürlich. Grüne Pixelschwerter sind immer die besten. Und jetzt haben wir zwei Gegner. Ich möchte eigentlich kein volles Inventar haben, wenn ich gegen die Gegner kämpfe und sie töte. Dann kriegt nämlich einfach der andere Spieler mein ganzes Zeug. Deswegen sortiere ich nochmal ein bisschen aus. Ich hoffe, die anderen Spieler sortieren auch gut ihr Inventar. Damit ich nicht dasselbe Problem mit ihrem habe, werde ich nicht benutzen. Da es nicht in Gleis passt, das irgendwie Dummes wegzuschmeißen, mache ich trotzdem. Ach, das TNT muss auch dran glauben. Ach, das TNT hätte ich behalten müssen. Gegen meine ganzen Wurzeln als Redstoner verstose ich. Was bin ich für ein Redstoner, der einfach alles wegwirft, was ihn ausmacht. Oh, Spieler. Ich hoffe, du wurdest angehittet vom anderen. Und da ist er tot. Bedeutet aber gleichzeitig, da wird gleich ein anderer Spieler hinter mir auftauchen. Ich habe sein ganzes Zeug aufsammeln können. Ich werde allerdings anscheinend keine Möglichkeit haben, nochmal zu craften oder mich umzurüsten. Deswegen muss ich jetzt gleich drauf gehen. Oh Gott, sein Schwert ist schwarz. Ich habe sogar ein Pixelschwert. Aber er hat ein schwarzes Pixelschwert. Und ist ein Känguru. Er hat sich angezündet. Das sollte doch langsam sein Verderben sein. Oder dass er sich jetzt ins Wasser stürzt. Okay, hat einen Enderperler geworfen. Eins von beiden. Ja, Spieler. Würdest du vielleicht stehen bleiben? Ich möchte den Tod von dir... Oh Gott, ist das alles verglitscht. Ach, je. Komm her. Komm her. Komm doch her. Ich will dich töten. Ich bräuchte irgendwas, um einen Känguru zu fesseln. Ich würde es gerne fesseln. Das wäre sehr schön. Das muss natürlich ab und zu stehen bleiben zum Essen. Aber viel mehr dann auch nicht. Ich will dich... Ah, hin. Speedbuff. Eventuell. Ah. Wie reichst du aus? Naja, wenn ich näher an ihm ran bin, eventuell. Ach, okay. Schöner Trick. Nein. Er will nicht. Wartet. So. Wird immer noch nicht. Komm doch her. Oh. Oh nein. Jetzt verliere ich den noch, oder? Verliere ich den noch? Nein, ich habe gewonnen. Aber richtig knapp. Gut. Das war der Redstoner. Der keinen Redstone verwendet hat. Äh... Zweieinhalb. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Es tut mir leid wegen den Glitches, aber wir hatten einen schönen Shader und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haha. Das war eine nette Runde.